So, herzlich willkommen hier auf dem Volkslaufer Yamaha. Dem Frühjahrsjahrmarkt 2020. Wir haben Samstagnachmittag, 13.30 Uhr circa. Und ja, ich werde jetzt einmal rumgehen. Man hört schon so im Hintergrund die Musik. Und heute seht ihr ja an meinem Gesicht, an meiner Sonnenbrille auch. Es scheint mal wieder die Sonne. Ist ein bisschen windig. Wir haben so um die 8 Grad, 9 Grad. Aber es ist sehr angenehm hier heute. Von daher, lasst uns starten. Lasst uns einmal über den Platz gehen, um zu sehen, was hier alles los ist. Und dann, was hier alles los ist. So, fieltab es die Sonne. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das war's für heute. Oh mein Gott, das ist so cool. Das war's. 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 Das war's.